So, willkommen zum 23. Let's Play von Dragon's Dogma. Ja, hier sind wir jetzt. Die Chimera ist schon platt. Mal gucken, wo es jetzt noch lang geht. Genau in dem rum waren wir noch nicht. Schon mal ne Truhe. Schon wieder ne Schriftrolle. Oh, da ist ein Splitter wieder drin. Ne, lass ihn nicht öffnen einfach. So. 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 rausgeschnappt. Und Reiber vom Leich. Einen Wolf-Umhang. Juwel des Versteimens. Und Juwel der Vergiftung. Und Leiber vom Leich. Und Leiber vom Leiber vom Leiber. Und einen Patienten mit dem Reiber. Ich bin ein Beispiel. Und Leiber. Ich bin ein Amenster. Ich bin ein Applaus. Ich bin ein Applaus. Oh, was ein Scheiter sein. Oh, hier ist der Hausgang her, das ist aber ein kleiner Gelbhäude. Ja, gucken wieviel Teile wir schon haben. Kleine Lazarus-Steine. Noch ein Stück haben wir schon mal. Jetzt geht es erstmal zur nächsten Ebene. Wenn es raus geht, gibt es da jetzt keinen Weg erstmal. Da muss ich erstmal durch die Stadt. Ah, so kommt man doch raus wieder. Sind da aber mehrere Dinger. Ja, das muss man einfach weggehen. Na klar, das sieht aus wie einer Fassaiengelder. Na klar, das ist sie sogar. Ja. Ja. Das ist ein Stück. Das ist ein Stück. Das wird uns zurückgegeben. Das wird uns zurückgegeben. Ja genau, hier ist die Stelle. Da muss man die Dinger reinpacken. Ich weiß ja nicht wie viele es sind. Ja, wie viele sollen das denn sein? Ja, ich glaube das leuchtende, das dürfte das Drachenteil sein. Ja. Ja, auf den war ja mal nicht gewesen. Ja, auf den war ja mal nicht gewesen. Ich habe gerade Aufnahme. Ich habe gerade Aufnahme. Ja. Ja, da sind die Echsen. Ja. 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 Was da schon im Leuchten ist? Outsch... Oder ein Cleflophoron. Ah, der war! Die Bane waren das. Und Scheiß. Worms mit dem Schlag zerlegt. Worms mit dem Schlag zerlegt. Worms mit dem Schlag zerlegt. Verschlossen. Da ist irgendwie da ein Boss. Von dort sind wir gekommen. Da ist auch nichts. Oh, irgendwas groß ist hier. Ah! Da ist ein Cleflophoron. Wollen nicht vernichtet werden. Was, meine Hand. Hau drauf da. Asuna, zeig das, wie man die Kugel macht. Outsch. Mit der aus sind vielleicht nicht gerade ein Vorteil, ne? Ja, genug Heiltränke haben wir ja. Ja, der füllt gleich mal Öl ab. Da ist ein Lazarus Stein. Also ein Splitter. Ja. Ui, die Ausdauer runter. Ja. 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 Das ist wohl weg. Ja. Da möchte ich mal den Reichstern mit, falls ich den noch nicht habe. Und noch ein Splitter. Na Hardkristall. Na, erstmal aufladen. Oh, das sieht nur am Boss aus oder sowas. Ja. Ein paar Goblen. Ja klar. Boah, dieser Tranker. Der stört auch gewaltig. Mal gucken, ob ich da zufällig was im Inventar habe. Mal gucken, ob das was gebracht hat. Ne. Ausdauer. Fast alle. Mal gucken, ob das was gebracht bringt. Ja. Der hat was gebracht. Mal gucken. Mal gucken, was in dem Dingern drin ist. Mist. Kapuze des Reisen. Blazerohsplitter. Und wieder ein Stein geworden. Und noch ein Splitter. Wenn man 3 Splitter hat, kriegt man einen Weinstein Mann, das ist jetzt so der Korobatling hier Da geht es auch nicht lang Da geht es auch nicht lang Da auch nicht Da geht es auch nicht lang Hm? Was soll das denn? Was soll das denn? Jetzt geht es erstmal wieder zurück. Ne, da geht es auch nicht. Ja, da geht es zurück. So, dann springe ich nochmal runter. Soll ich mir immer den da? Na, kriege ich den? Ne, nicht bekommen. Ja, den hier vorne hatte ich auch noch nicht. Okay. Vielen Dank. Getrocknete Kräuter, ein Splitter, ein Gewild der Gesundheit, eine Salbe. Ich will fragen, was dahinter ist. Jetzt haben wir ein paar Goblin. Oh, 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 oh oh, oh, oh. Steingodam. Auf der anderen müssen wir hier ein Flicher ist noch losgehalten. Ich dachte, sie sollen sie mit dem Blindenkumpel werfen. Der wird wieder so unten wieder kämpfen, ok. Bahn, 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 der lässt bestimmt auch ordentlich Steine fallen. Ich muss erstmal die Scherz noch zur Seite nehmen, scherz. Scherz. Werde Nusskrieg. Dann eine Hand war noch einer. Da liegen die ersten schon. Und weg damit, der hat sich leer auf einen. Ja, er hat da schon was. Ich kann bald keine Dinger mehr tragen. Dann gebe ich erstmal ein bisschen was weg. Genau von dem Kram hier. Ja. Ja. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen leichter. Boah, die Banner sind auch richtig schwer. So, jetzt bin ich wieder leichter. Da liegt noch einer. Hofer schlossen. Und noch ein paar Goblin. Ja. 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 Auch. Ja. Ja. Das war auch zu. Nein, seine Truhe. Hm, mein Splitter. Ja. 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 auch noch zu Das wird schon wieder hinten drauf. Ja, geschafft. Der hat ein geiles Schwert hier. Ah ja, der Zombie-Drache ist hier. So eilig habe ich es eigentlich noch nicht mit den Zombie-Drachen. Der dauert auch ewig, bis man ihm plattert. Geld, heute. Ja, hier war ich auch noch nicht. Der Zombie-Drache kriegt sein eigenes Video. Hm, Harpian. Ja, eingefahren. Da hat ein Schindler bewahrt. Da kann ich auch nicht wundern. Nichts brauchbares Die Truhe, mal sehen ob da noch was brauchbares dran ist Ja, Geld ist immer gut Die Truhe, mal sehen ob die Truhe Die Truhe, mal sehen ob die Truhe Ja, alle weg Und ein Splitter Ja, da kommt man durch Ja, ein paar Grämmen Ja, klar Eigentlich wäre der schon längs unten Oh, die Handführer, halt dran ist Oh, die Handführer Ja, da ist ja ein Splitter Zack, Stein draus Noch ein Splitter Da ist ja noch einer Goldene Armbänder Sobald wir diesen Sektor fertig haben, dann war es das auch erstmal für das Video Mal gucken, wo es hier lang geht Ja, klar Dann machen wir den noch auseinander Da hat er keine Schwachstellen hier Ja, klar, klar, klar Der soll mir nämlich noch ein bisschen unterteilen Ja, ich weiß, dass wir uns von mir da verhören Ja, ich weiß, dass wir uns von mir da verhören Jetzt haben wir nämlich Man hat ja sie schon aufgerappelt, ey Jetzt ist er aber richtig am Boden Zack, 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 zack Und Schuss Nix verhedelt Ah, viele Salazzo-Gesteine Und die fallen Gehen gerade mal Um sagen, wo noch was rauszugehen Ja, noch einen Dreier Ja, drei Stück hat er fallen lassen Hier sind auch noch ein paar Tränke liegen hier rum Goldener Talisman Ja, aber Vielen Dank. Da war zu, da war er auch zu, war doch unten irgendwo das Ziel. Oh, da vorne ging es raus. Ja, so, da würde ich erst mal sagen, dass es für dieses Video dann auch erst mal war. Ja, mal gucken, ob wir ja genug Dinger, 18 Stück haben wir. Ja, dann müssen wir noch einen Weg finden, um ein Stück weiter zu kommen. Ja. Oh, dann bis zum nächsten Mal.